Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zurück zu unserem Let's Play Minecraft. So, folgendes. Ich habe so viel vor, das könnt ihr euch nicht vorstellen. Zu einem habe ich vor, dieses Dach hier mal fertig zu bekommen. Ja, das wollen wir ja nicht so lassen. Zum anderen möchte ich auch mal was ausprobieren. Und zwar habe ich mir überlegt, wir haben... Ach ne, ja, mal truhen. Aber das kann man mal drüben im Bauernhaus ausprobieren. Dafür müsste ich mal runter in den Keller. Klutsch. Holz. Falltüren brauchen wir dafür. Was brauchen wir noch? Was wir auch brauchen, ist... Das nehmen wir mal mit. Ich habe so viele Ideen und ich will sie alle auf einmal irgendwie umsetzen. Keine Ahnung warum. Es ist furchtbar, ist das. Ja, ein bisschen Wolle nehmen wir mal mit. Dann brauche ich... Ja. Haben wir hier noch irgendwo... Haben wir oben noch. Hör, Schnuffi? Auch nicht. Auch nicht. Auch nicht. Gut. Dann müssen wir erstmal... Ähm... Eine Ladung Koppel rausholen. Zack. Und dann einmal... Machen wir euch da... Einmal eine Runde braten. Ich hoffe, es funktioniert. Das wäre einfach nur mega geil. Weil die Idee kam mir nämlich jetzt die Tage, wo ich bei meiner Oma war. So. Und zwar... Kommt hier ein Kamin hin. Das steht schon fest. Deswegen habe ich hier auch die breite Wand hingemacht. So. Hier kommt eine schöne... Äh... Sitzecke hin. Und wir brauchen aber auch... Ähm... Eine Küche. Ist jetzt die Frage, wo machen wir die Küche hin? Küche. Die Küche sollten wir nämlich... Ähm... Da hin machen, wo eigentlich die Wand ist. Ach, da wollte ich doch eigentlich ein... Hm. Einen Kamin hin machen. Aber man... Ich will so viel ausprobieren. Ich weiß nicht, ob das über Eck geht. Das ist Erde, Erde. Ach, geht das alles Erde? Ich probiere einfach mal... Was aus. Das habe ich schon fast befürchtet, dass das hier nicht geht. Und zwar habe ich gedacht, könnte man das vielleicht als Schrank nehmen. So eine Falltüre. Das müsste jetzt aber wiederum... Na... Genau, so müsste das gehen und so habe ich mir das auch so ein bisschen vorgestellt, dass wir die Küche vielleicht mit den, zumindest die oberen Schränke damit machen können, mit den Trap-Dingern hier. Es ist nur die Frage, wo machen wir die Küche hin? Eigentlich habe ich ja vor gehabt, hier einen Kamin hinzumachen. Hm, gehen wir mal schnell bei uns im Haus gucken. Wie weit die Steine sind. 17 Stück haben wir schon mal. Achso, ich brauche auch wieder Glowstones. Ja, das müssen wir ja auch umändern. Nein, hier. Hier haben wir die. Ich habe gerade auf YouTube auf unserem allerersten Kanal, den Carsten und ich hatten. Der hieß ja auch Yabu LP, aber ohne H drin, also wirklich nur J-A-B-U, ja. Reingeschaut und wir hatten ja damals Let's Survive Minecraft gehabt. Das war echt lustig nochmal zu sehen, muss ich ehrlich gestehen. Hätte ich nicht gedacht. Ich habe das gar nicht mal so in Erinnerung gehabt. Da habe ich gedacht, ja komm, guckst du nochmal rein. Das war echt total lustig. Vor allen Dingen die Mikrofone, die wir damals noch hatten. Einfach nur der Wahnsinn. So. Machen wir nochmal ab. Ach, jetzt habe ich. Ich meine, ich werde doch nass. Mir war echt wirklich lustig wieder zu sehen. Vor allen Dingen, dann hat man ja damals noch die alten Mikrofone gehabt. Und wir hatten damals auch Probleme gehabt mit der Übersetzung irgendwie. Manchmal kam ich gar nicht richtig durch und so, weil mein... Wow, wir haben ja richtig viel Erde. Dann tun wir mal was rein. Wir hatten damals echt Probleme gehabt. Dann war mal ein Mikro irgendwie da mal kaputt, dass ich nur total abgehakt rüberkam. Und ach, das waren echt coole Zeiten. Muss ich sagen, vermisse ich. Schade, dass Carsten kein Minecraft mehr spielt. Warum bin ich jetzt hier in der Truhe? Kann mir auch keiner erzählen, ne? Warum? Hatten wir nicht die Blöcke wieder hier zurückgetan? Steinstufe, aber wo sind die Quarzstufen? Da brauchen wir auch. Hm. Habe ich die beim letzten Mal nicht mitgenommen? Da haben wir das hier mit reingetan, so lange. Ne. Was sind denn die Quarzstufeln? Ach, wir hatten, glaube ich, keine Stufeln gemacht, sondern... Mann, jetzt hab... Hab ich's aber. So. Jetzt nehmen wir mal die Steinstufchen. So. Das ruppen wir mal hier wieder raus. Dann kommen... Flutsch. Ich hab nämlich nochmal in meiner Welt reingeschaut. Und... Ach, was mach ich denn? Ähm... Warum... Der... Kamin nicht aussah. Ist folgendes. Hier... Der Raum ist groß. Der ist offen. Das heißt, dieser Kamin... Kommt jetzt gar nicht wuchtig rüber. Ende... Entschuldigt. Anderem Haus... Ist das nicht so offen. Und da kam dann der Kamin... Äh... Kamin dementsprechend wuchtig vor. Was der ja eigentlich gar nicht ist. So... So können wir das jetzt als Kamin stehen lassen. Da könnten wir... Ach, ich hab jetzt aber keine... Das ist doof. Hm. So, und wir haben... Weil das ist ja ein Bauer. Und ich mach mal den Regen aus. Hier mal ein bisschen Weizen. Das reicht aber nicht. Das heißt, wir werden erstmal ein bisschen Weizen abbauen. Hier könnte ich eigentlich auch mal, ähm... Die Seerosen drauf machen. Dann kann das nämlich nicht passieren, dass uns hier eventuell was reinplumpst. Das muss ich mal grad überlegen. Ach, wir können ja... Erweitern. Sehr schön. So. Einmal brauchen wir noch. So, dann haben wir die Möhrchen jetzt auch... Erweitert. Und die Kartoffeln auch. Sehr schön. So, jetzt nochmal zu den Weizen. Ich brauche neun. Neun Stück. Das heißt, wir brauchen... ...auf jeden Fall noch... ...nach 35. Schade. So, 36. Kartoffeln, ne, die kommen da nicht hin. So, das nehmen wir jetzt mal mit. Das kommt jetzt mit rein. So, den stellen wir jetzt erstmal hier in die Ecke. Der kommt da aber demnächst wieder weg. Weg. Ich hoffe, das ging so. Jawohl. So, vier Stück. Weil, das ist ja hier ein Bauernhaus. Und da hab ich mir gedacht... Ähm... ...kriegen die... ...kriegen die... ...kriegen, hört sich irgendwie scheiße an... ...bekommen die, ähm... ...dementsprechend auch ein... ...sofa. Ich weiß gar nicht, ob das überhaupt geht, so wie ich das jetzt hier vorhabe. Wo habe ich denn... ...der Armerholz. Mal schauen. Ach, das geht sogar. Und dann kommen hier... ...so kleine Stiefchen dran. Und dann ist das im Prinzip wie eine kleine Sofa-Landschaft. So stelle ich mir das irgendwie gerade vor. Na, machen wir mal... ...hier so ein... ...Stiefchen. Hm. Irgendwie crazy. Mit was kriege ich das denn jetzt weg? Okay. Hm. Dann würde ich vielleicht sagen... ...Holz. Da. Schwupp. Das wird aber nicht reichen. Auf jeden Fall kommen hier... ... ... ... ... ... Bis zum nächsten Mal.